Und wir finden es richtig super, dass er nicht vielleicht irgendwann mit uns spricht, sondern jetzt. Er ist uns nämlich live zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Vincent nach Berlin. Sieht nett aus da. Sonne in Berlin, oder? Schönen Morgen. Ja, also jetzt wo das Wetter einmal so mitspielt und es gestern so war und heute auch in diesen Tagen, dachte ich mir, warum nicht einfach direkt rausgehen in die Sonne und die am Morgen genießen. Also wer in Berlin jetzt durch die Parks läuft, kann sich gerne dazusetzen und einmal Hallo sagen. Sehr schön. Du hast es schon auch erzählt, dass dieser Kontakt zu deinen Fans, dass das für dich total wichtig ist. Dass das Zurückblicken von den Fans im Stadion, auf der Bühne irgendwie dir was bedeutet. Und auch jetzt, wenn dich jemand auf ein Selfie anspricht. Ist das also gar nicht lästig für dich? Was heißt gar nicht lästig? Aber ich habe noch nie zu einem Foto Nein gesagt. Es gibt natürlich Situationen, wo man auch mal privat sein möchte, wenn man mit der Schwester unterwegs ist, mit der Familie, mit dem Opa irgendwo im Restaurant essen sitzt. Also damit, als es noch möglich war. Aber ich finde, es ist immer eher ein Zeichen davon, dass die Menschen die Musik, die ich mache, sehr mögen. Weil keiner kommt zu einem Foto, wenn er einen nicht mag oder wenn er das, was er macht, nicht mag. Von daher ist jedes Foto, nach dem ich gefragt werde, einfach ein Kompliment. Und dem gehe ich natürlich mit offenen Armen entgegen. Gucken wir mal, ob da gleich noch einer vorbeischaut bei dir an der Parkbank. Deine Songs, deine Texte, die bestechen so, wie ich finde, weil sie so extremst toll authentisch sind und auch immer, also letztlich auch teilweise sehr traurige Themen aufgreifen, aber immer mit so einem Optimismus einentlassen. Wie ist es dir ergangen jetzt in der Pandemie und wie hast du das auch umgesetzt jetzt in deinem neuen Album? Ja, eigentlich ganz schön zusammengefasst. Es gibt natürlich überall mal ein paar Tiefen, die man hat. Und ich gehe eigentlich durch mein ganzes Leben total optimistisch und will das auch meinen Songs widerspiegeln, dass am Ende dann doch irgendwie alles eine Kopfsache ist, eine Ansichtssache, dass man, wenn man optimistisch auch in die Dinge reinschaut und mit allem umgeht, dass man da auch, glaube ich, sehr positiv oder mit einem guten Blick nach vorne wieder rausgeht. Also ich beschreibe auf dem allem sehr viel, auch die, wie gesagt, auch mal die Schattenseiten, die so leben, wie ich das geführt habe oder führen darf, mit sich zieht. Und ja, so offen und ehrlich, wie es mir möglich ist. Schauen wir aber trotzdem mal optimistisch nach vorne jetzt. Irgendwann wird diese Pandemie zu Ende sein. Irgendwann vielleicht. Hast du dir schon irgendwas vorgenommen, was du dann in diesem Moment als allererstes machen wirst? Ich glaube, das erste wird sein Menschen umarmen und wahrscheinlich auch abkünschen und dann hoffentlich wieder auf der Bühne stehen und viele Leute vor der Bühne glücklich machen können. Ich glaube, es ist übrigens eine Nachtigal bei dir im Hintergrund, die da zwitschert und so ein schönes Konzert gibt. Aber wie sieht es zum Beispiel aus mit den Konzerten? Also ich meine, das ist ja für einen Musiker auch, man ist ja wirklich auf Entzug, dass man nicht in diesen Kontakt, in die Symbiose geht, auch mit seinen Fans und dem Publikum. Wie ist es dir damit ergangen und wie blickst du vielleicht auch auf das, was kommt? Ja, das ist für mich tatsächlich das Schwierigste gerade, weil man ja auch so ein Album schreibt und Musik macht, um es halt live vorzuführen und um damit auf der Bühne zu stehen. Jetzt habe ich ein Album rausgebracht und darf nicht spielen und darf es den Leuten nicht zeigen, nur über die Netzwerke, die man natürlich aber gut nutzen kann. Ich finde, mir hat die ganze Social-Media-Welt, die jetzt da ist, sehr, sehr geholfen, trotzdem eng in Kontakt zu sein mit den Fans, mit der ganzen Community, mit dem täglichen Austausch zu bleiben. Aber ja, Konzerte werden geplant, sollen wieder gespielt werden. Aber ich finde, das sollte erst passieren, wenn wirklich kein Gesundheitsrisiko ist, kein Risiko irgendwie, dass dann ein Konzert zum Gesundheitsrisiko wird. Von daher müssen wir uns wahrscheinlich noch ein bisschen gedulden. Aber vielleicht gibt es ja Ende des Jahres schon Regulierungen und Änderungen, dass man wieder auf die Bühne darf. Das wäre natürlich ein Traum. Wir hoffen sehr auf das Weihnachtsmarktkonzert mit Vincent Weiss, freuen uns sehr drauf und wünschen dir jetzt aber erstmal einen schönen Sommer auf deiner Parkbank in Berlin. Danke, dass du heute Morgen Zeit für uns hattest. Dankeschön. Dankeschön. Ja, schöne Woche euch allen. Tschüss. So, jetzt gibt es aber auch noch Musik. Genau, wir hören jetzt natürlich noch einen Song von dem neuen Album von Vincent Weiss und der Song heißt Weit Weg. Ich kann die Erde von hier oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, wenn ich die Augen schließe, dann bin ich frei und kann heute schon woanders sein. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg. Jeder Tag ist so gleich wie der davor. Das Gefühl für die Zeit, hab ich schon lange verloren. Ich seh nur auf Bildern, wo ich gerne wär. Müsste einfach mal raus, fünf paar Sekunden. Doch ich steck hier fest, drehe endlose Runden. Jeden Weg, den ich nehm, führt mich wieder hierher. Doch ich kann die Welt von oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg. Aus Freunden fürs Leben wird jemand von früher. Aus jedem Tag sehen wird ein sich langsam verlieren. Doch schließe ich die Augen, seid ihr wieder hier. Doch ich kann die Welt von oben sehen, obwohl ich eigentlich am Boden bin. Wenn ich nur will, wenn ich nur will, bin ich weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg, tausend Meilen von hier. Ich will nicht mehr warten, bis was Neues passiert. Ich bin weit, weit weg, nein, ich bleibe nicht hier. Auf mich wartet da vorne ein neuer Morgen. Ich bin weit, weit weg.